Spektakulär, so heißt sie, die Show der fliegenden Sachsen, die in diesem Jahr zum wiederholten Mal über die Bühne geht. Einige von ihnen waren sicher schon einmal bei Spektakulär in der Stadthalle Zwickau zu Gast. Diesmal findet die Show an einem anderen Ort statt, nämlich in der Lukaskirche in Planitz. Derzeit wird dort an allen Ecken und Enden gewerkelt und das Ganze sieht derzeit noch nach einer absoluten Baustelle aus. Ganz genau, Carsten, wir befinden uns hier regelrecht auf einer kleinen Baustelle in der Kirche. Und zwar in der Lukaskirche in Planitz in Zwickau. Und zwar aus diesem Grund, dass es in diesem Jahr am letzten Oktoberwochenende zum fünften Mal die Show Spektakulär hier gibt. Diesmal nicht in der Stadthalle Zwickau, sondern in der Lukaskirche in Planitz. Ein tolles Ambiente, Sie sehen es, die Tücher hängen genau in der Kuppel, ein Gerüst wurde gestellt, Es hängen Trapeze dran, Bungee-Anlagen, zwei Motore und im Hintergrund werkeln schon die Handwerker. Sie ziehen gerade das Rigg nach oben. Die Mitglieder der Fliegenden Sachsen helfen natürlich tatkräftig mit. Derzeit laufen noch die Aufbauarbeiten. Ab Sonntag soll dann hier bereits trainiert werden. Es muss lediglich noch die Bühne im vorderen Teil gestellt werden. Hinten im Altarraum steht das Bühnenteil schon. Das Rigg ist nach oben gezogen, es müssen noch kleine Arbeiten erledigt werden. Und dann kann es losgehen. Einige von Ihnen werden sich jetzt sicherlich fragen, warum gerade die Lukaskirche? Ganz einfach, bereits vor einigen Jahren zur Osternacht haben die Fliegenden Sachsen hier in der Lukaskirche eine Show gehabt. Und das war einfach atemberaubend. Und Trainer Erich Sabajczuk hat sich das schon lange Zeit auf die Fahne geschrieben, hier endlich mal wieder aufzutreten. Zusammen mit Lesern, Licht und natürlich am Abend bei Dunkelheit. Am Tag scheint natürlich das Licht durch die Fenster, aber bei Dunkelheit sieht das Ganze natürlich noch toller aus. Die Lukaskirche Planitz hat den Fliegenden Sachsen den ganzen Monat Oktober zur Verfügung gestellt, um hier aufzubauen und natürlich dann zu trainieren. Weil es ist was anderes, ob man in der Halle bei den Fliegenden Sachsen trainiert oder hier in einer Kirche. Sind natürlich alles ganz andere Bedingungen. Deswegen muss hart trainiert werden. Das nutzen die Mitglieder drei Wochen lang und dann am letzten Oktoberwochenende, am Freitag, Sonnabend und Sonntag, den 27., 28. und 29. Oktober, findet hier die Show spektakulär statt. Spektakulär, eine Show, die sicherlich einigen schon bekannt ist. In Kooperation mit der Laser Event Company aus Eibenstock präsentieren die Fliegenden Sachsen ein Feuerwerk aus Akrobatik, Tanz, Musik und Licht. Und das natürlich in einer atemberaubenden Kulisse in der Lukaskirche. Die Vorstellungen finden am 27. und 28. Oktober jeweils um 19.30 Uhr statt und am 29. Oktober um 18 Uhr. Und während hier im Hintergrund die Mitwirkenden noch fleißig werkeln, bekommen sie jetzt einen kleinen Einblick in das, was sie dann am letzten Oktoberwochenende hier in der Lukaskirche Planitz erwartet. Applaus 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 Applaus